Bibelferse für Kinder erklärt Seid fröhlich in Hoffnung, in Bedrängnis haltet Stand, seid beharrlich im Gebet. Römer 12, Vers 12 Niklas, hast du deine Schularbeiten fertig? Die Mutter schaut ihren Jüngsten erwartungsvoll an. Na Logo, mit seinem Fußball unter dem Arm und der Türklinke schon in der Hand, tänzelt er unruhig herum. Ich hab's eilig, stößt er hervor. Na gut, bis heute Abend. Um 18 Uhr bist du bitte wieder zu Hause. Kaum sind diese Worte ausgesprochen, ist Niklas auch schon verschwunden. Die Mannschaften sind schnell gebildet. Einer der Jungen macht den Schiedsrichter. Der Boden ist etwas rutschig. Kein Wunder nach dem langen Regen in der Nacht. Jan ist einen halben Kopf größer als Niklas. Er ist schon etwas älter und spielt leider in der Gegenmannschaft. Niklas ist ganz auf den Ball konzentriert. Nein, Jan darf auf keinen Fall jetzt ein Tor schießen. Mit ganzer Kraft und vollem Einsatz zeigt er diesem großen Jungen, was eine erfolgreiche Abwehr ist. Jan schießt. Niklas gelingt es, die Richtung des Balles zu verändern. Der Ball geht ins Aus. Wow, Niklas, echt cool, ruft Willi. Niklas lächelt gequält. Er liegt am Boden und reibt sich seinen linken Oberschenkel. Ein Indianer kennt keinen Schmerz. Ein erfolgreicher Fußballspieler erst recht nicht. Und so springt Niklas wieder auf. Niklas, du humpelst ja, ruft Karl. Der Schiedsrichter pfeift. Niklas verzerrt das Gesicht. Mein Bein, keucht er. Mach Pause und ruh dich ein bisschen aus, schlägt Martin vor. Niklas holt seine Wasserflasche aus dem Rucksack. Gleich wird der Schmerz vorbei sein. Und dann ist er wieder mittendrin. Seid fröhlich in Hoffnung. In Bedrängnis haltet Stand. Seid beharrlich im Gebet. Römer 12, Vers 12 Morgen ist wieder Kinderstunde. In der letzten Zeit ist Niklas nicht gerne hingegangen. Jan kommt jetzt auf ihn zu. Du bist vorhin ganz einfach ausgerutscht, sagt er. Au, das tut jetzt noch mehr weh als vorhin. Niklas verzieht das Gesicht, während er wieder an seinem Oberschenkel reibt. Spielen kann er heute auf gar keinen Fall mehr. Vermutlich hast du eine Muskelzerrung. Reiben hilft da nicht viel. Martin schaut ihn freundschaftlich an. Tut ziemlich weh, ne? Am besten kühlen und einen Druckverband. Seid fröhlich in Hoffnung. In Bedrängnis haltet Stand. Seid beharrlich im Gebet. Der Vers geht Niklas nicht mehr aus dem Kopf. Wieder und wieder sagt er ihn vor sich hin. Als er nach Hause humpelt, als er zu Bett geht, beim Aufstehen, Zähneputzen, in der Schule. Die Mutter hatte so liebevoll sein Bein gekühlt. Dann hat sie ihm einen Druckverband gemacht. Heute hat sie ihn zur Schule gefahren und auch wieder abgeholt. Noch eine Stunde hat er Zeit für die Hausaufgaben. Dann wird sie ihn zur Kinderstunde bringen. Soll er doch Gott bitten, dass er ihm jetzt hilft? Was soll er beten? Er weiß nicht. Und so sagt er den Vers vor sich hin. Seid fröhlich in Hoffnung. Die Mutter ruft und reißt ihn aus den Gedanken. Bist du fertig, Niklas? Ja, ich komme. Niklas ist nicht ganz so schnell wie sonst. Seid fröhlich in Hoffnung. In Bedrängnis haltet Stand, seid beharrlich im Gebet. Römer 12, Vers 12 Bedrängnis, was ist das? Fragt Heiner in die Kinderstundenrunde hinein. Niklas zeigt auf seinen linken Oberschenkel. Ich habe eine Muskelzerrung, kommentiert er das Ganze. Christenverfolgung, sagt Peter. Ja, das sind Bedrängnisse. Zwar ganz unterschiedlich, aber Bedrängnis ist auf jeden Fall etwas Unangenehmes. Und was meint? Haltet Stand, fragt Heiner weiter. Werft nicht so schnell die Flinte ins Korn, schlägt Ruben vor. Naja, ich weiß nicht, ob das alle verstehen. Sagen wir es mal mit einfachen Worten. Gebt nicht gleich auf, wenn es Probleme gibt. Was können wir unter fröhlich in Hoffnung verstehen? Benjamin, du hast noch nichts gesagt. Was denkst du? Dass ich morgen wieder Fußball spielen kann, will Niklas sagen. Aber er merkt, dass das hier nicht so ganz passt. Benjamin spielt mit seinem Schlüsselanhänger. Auch die anderen Jungen wissen keine Antwort. Ein Christ wartet darauf, dass Jesus wiederkommt. Vielleicht denkt er nicht jede Sekunde daran, denn auch ein Christ tut ganz normale Dinge. Aber je intensiver wir uns als Christen mit der Bibel beschäftigen, desto mehr merken wir, dass wir eine Hoffnung haben. Nämlich, für immer bei Jesus zu sein. Darüber dürfen wir fröhlich sein. Das lerne ich gerade von meiner Oma. Sie ist schon 87 Jahre alt und sie hat oft eine Freude. Da kann man nur staunen. Niklas wird nachdenklich. Er kennt einige ältere Frauen in der Gemeinde. Manchmal hat er gedacht, für die ist das Leben doch eigentlich längst zu Ende. Die könnten doch gleich einpacken. Aber ihm ist aufgefallen, dass einige von ihnen tatsächlich etwas haben, was er sich bisher nicht erklären konnte. Wer kann sich vorstellen, was beharrlich meint? Die bittende Witwe. Lukas hatte bisher auch geschwiegen. Aber an die Geschichte mit der bittenden Witwe erinnert er sich noch gut. Ei, das ist ja super. Heiner ist ganz begeistert. Die Geschichte von der bittenden Witwe steht im Lukas-Evangelium. Der Herr Jesus erzählt sie. Diese Witwe geht zu einem ungerechten Richter und sagt zu ihm, schaffe mir Recht. Das tut sie nicht einmal, auch nicht zweimal, sondern sie ist eine richtige Nervensäge. Der ungerechte Richter verhilft schließlich der Frau zu ihrem Recht, weil er seine Ruhe haben will. Der Herr Jesus erzählt diese Geschichte, um uns zu zeigen, was Beharrlichkeit ist. Wenn ein Christ beharrlich betet, betet er immer wieder um das Gleiche, auch wenn er nicht sofort erhört wird. Wer wirklich ein Christ ist? Diese Worte lassen Niklas nicht mehr los, als er wieder zur Mutter ins Auto steigt. Ja, das weiß Niklas doch längst, dass nicht jeder, der meint, ein Christ zu sein, auch ein Christ ist. Mama, ich weiß nicht, ob ich ein Christ bin, beginnt er das Gespräch. Und hast du schon mal beharrlich gebetet? fragt er weiter. Die Mutter nickt. Ja, Niklas, das habe ich. Und warum hast du gebetet? Willst du das wirklich wissen? fragt sie. Ja, warum nicht? Niklas, mir ist aufgefallen, dass du nicht so gerne in die Kinderstunde gegangen bist und auch nicht in den Gottesdienst. Da habe ich für dich gebetet, dass Gott dir echten, rettenden Glauben schenkt. Denn von uns aus können wir nicht glauben. Und für gläubige Eltern gibt es keine größere Freude als gläubige Kinder. Gott wird dir zeigen, ob du ein Christ bist, wenn du ihn darum bittest. Die Worte der Mutter gehen Niklas nach. So betet er heute Abend zum ersten Mal still für sich. Herr Jesus, zeige mir, ob ich ein Christ bin. So darfst auch du beten, wenn du dir nicht sicher bist. Gott wird dir darauf antworten, wenn du es ehrlich meinst. Er möchte, dass auch du sein Kind wirst und will dir helfen. Daran wollen wir denken, wenn wir auch heute unseren Vers noch einmal wiederholen und ihn gemeinsam sprechen. Seid fröhlich in Hoffnung, in Bedrängnis haltet Stand, seid beharrlich im Gebet. Römer 12, Vers 12 Vers 12, Vers 12, vers 15, vers 30. Und jetzt schiffst du ganz viel